Ich befreis mal von dem Felsen. Wenn man den Felsen weg, kommt dahinter so ein Dillo an. Kann ich drauf wetten. Und hinter dem Felsen steht so ein T-Rex. So wie im Jurassic Park. Was denn? Wusch weg, aber was steht da? Hallo? Mach dir Wusch wieder. Seit sehr langer Abstinenz heute zum ersten Mal wieder. Es ist cool. Soll ich töten? Nein, das füttern wir gerade. Das ist seit Anfang des Jahres, haben wir nicht mehr gespielt. Ich weiß so viele Lieder. Dann such dir ein eigenes. Ah, Flugtopole. Ach, der hat 800 gehabt, das reicht nicht. Der fährt jetzt irgendwo da hinten bewusstlos um. Oh. Eing, 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 eing. Ich hab dich schafft den Topo hinzufangen. Ich brauche den anderen Speer für, ne. Der ist effektiver. Wo? Was hat Ali gemacht? Ich bin umgefahren. Hast du was gegessen, was du nicht essen solltest? Äh, nein. Ich dachte, ich schnapp mir mal die Schildkröle. Hab aber nicht darauf erachtet, dass die 450 sind. Ah, du Kacke. Ich muss, äh, essen. Aber die brauche ich jetzt nicht mehr essen. Also diese Autotorch scheint nicht zu funktionieren, Chris. Ja, ich weiß. Ist die falsche. Aber die verbraucht nix. Das ist eine normale Torch gebaut, hab ich recht? Nein, das ist auch eine von denen, aber die verbraucht nix. Ein Cheater? Ja. Und so. Wollen wir noch Poison? Poison, äh, Poison, äh, Nacku-Zeug. Mhm. Haben wir da so eine Küssel auch? Ich hab. Ach du? Du hast. Achso, in der Kiste so noch Barry. Also lila Barrys sind die Besten, ne? Die hat der Chris auch schon geholt. Ja. Aber das ist echt übel, ne? So lange nicht mehr gespielt, da kommt man ja gar nicht so leicht wieder rein. Das dauert ja. Da werde ich ja alt und grau bis der unzähmt ist. Ich hab schon auf sechsfach stehen. Das dauert aber ne Stunde. Ja. Tipps wollen wir immer. Wir können ja Chris fragen, ob der Sklave spielt. Der braucht nur da hinten beistehen. Ah, seht ihr? Mit T war das. Mit T war das, siehste. T war das. Es gab ne Möglichkeit. Ja, genau. Mit T war das. Ich glaub wussten wir, aber wir wussten nicht mehr welchen. Und er hat sich getraut jeden zu drücken. Herzlichen Dank. Das war echt. Da haben wir jetzt ne Stunde nach gesucht. Wir haben alles versucht. Steuerung. Shift. Alt. Fünf Tasten gleichzeitig gedrückt. Aber auf T. Auf T kam mal wieder keiner. Hier. Ich hab auch versucht zu hupen, aber es gab keine Millionen. Ja, ich hab keine Millionen Euro. Was singen wir an der Lampage-Shop zum Moment. Wow Chris, wow. Ja Chris, dann fang mal an zu downloaden. Mach dich mal bereit für Battlefield morgen. Ja, mach dich mal bereit für Battlefield morgen. Und ich schaff das vielleicht bis nächste Woche. Nee, nee. Bis morgen müsste ich das. Ja, dann machen wir mal an Battlefield. Versagen wir Battlefield. Ja, wir hatten auch mal wieder Lust. Battlefield Hardline war was, oder? Hardline? Battlefield 1, du Mase. Die 10 Stunden Schweil ziehen wir uns rein. Nein, die Schildkröte. Wir werden unser Zeug fressen. Was? Wo? Schildkröte töten. Wie man eben so richtig gehört hat, wie bei André die Augenbraue hochgehen. Piexte Schildkröte ab. Nein, mein Evelin ist kaputt. Wir müssen ein anderer pieksen. Du musst auch ab und zu mal weggehen. Das Gift ein bisschen wirken lassen. Die ist ja nicht schnell. Ich mach's mal Evelin rüber. Dann kann ich auch pieksen. Auge auf den Asch. Macht's dir bewusstlos, die Sau. Ich bin tot. Lenk's immer ab, dann kann ich den Kriss als eine Evelin klauen. Mir ist kalt. Das ist mein Ding da liegen. Hab ich schon. Ha! In den A. Boah, ist wieder kaputt gegangen. Du musst alles kaputt. Lass mich kaputt davon. Der André muss immer alles anhauen. Das ist normal. Das ist André. Ah! Wie? Wollen wir zähmen oder umnatzen? Ach, umnatzen. Das dauert doch eine Weile. Mir ist kalt. Ich friere. Können wir bitte einer langsam anziehen? Wenn die fertig ist. Wolltest du schon Leder machen, Chris? Sonst mach ich erstmal hier Feiber. Das dauert. Mach die mal. Ich seid beschäftigt. Das dauert eine Stunde. Ich muss halt die Axt reparieren gehen zwischendurch. Ich hab eine zweite in der Tasche. Das dauert der Weile. Wir sind so schlau. Wir sind so schlank und rank. Wir sind so schlank und rank. Auf, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Wir haben es nicht geschafft. Eine Stunde sind wir fertig. Immer. Drauf. Drauf. Ich krieg Tennisarm. Ey. Die wacht. Die wacht auf, bevor wir fertig sind. Ach. Ach. Schwere. Ach. 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 Dankeschön. Ach. Mein Kopf. Schiff. Ich bin voll eingegeben. Ach. Aber zwei Level, Alter. Zwei Level. Oh, ich hab Hungry. Und daraufhin bin ich fast am Verhungern. War so anstrengend. Oh. Ach. Ich glaub wir sind Süden. Süden sind wir, ne? Süden sind wir Süden? Ja, Süden zwar. Was ist immer wie gefühlt. Ach. Ich bin müh. Oh, das ist schief. Ach. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr klein. Ich bin sehr schön. Ach. Hau mal ab hier, hier ist FKK-Strand Aber wir haben hier immer Schneeflocke Ich weiß auch nicht warum Ich brauche Pelz-Anziehsachen Was machst du denn da? Ein paar Javelins für mich Du musst ihn mal kaputt Ich mach noch Schneeflocke Mach der Trike Der wird bald wach Ich werde das nochmal Nutzung erzwingen Das dauert aber, wir müssen noch Futter sammeln Ja, wir sammeln ja gerade Also du hast ja Haben wir schon Lederklamotten? Nein, dafür ist viel zu wenig Leder Wir haben immer genug Beeren Volli unter dir Aber jetzt ist die Flocke weg Das reicht also, solange nicht Nacht wird Oh, oh, oh Das heißt, wir die Tage zwischendurch mal immer eine Stunde fahren gehen Dann werden wir nächstes Mal was zum zeigen haben Boah Was, ich wollte es nachher eigentlich wieder DSL Nee Haha, nee Olli Neues LP ist gerade gestartet Und David muss sich sein Zeug verdienen Ja Da muss sich sein Zeug verdienen Ja Da muss sich sein Zeug verdienen Ja Ja Mobile Raft und Speedboat Genau Und die Speedboat stellen wir nur Geschütze, falls wir angegriffen werden So So, guck dir das dann, ist alles super Ja, wir sind noch da Sollen wir auch hingehen? Ich weiß nicht Das ist auch nicht Was, jetzt, wo wir so einen Lauf haben Olli ist am Essen Dann war ich schon wieder am Schnitzel futtern Alter Oder warte mal Scheiße, voll verschluckt Riecht nach Knoblauchbrot Boah, weißt du Ja, zu sehen, meine Nase fuziert Kilometer weg Hast du mir vorhin zugehört, oder was? Das wird ja nicht tun Ich höre doch nicht zu, wenn einer über Essen redet Warte mir irgendwie Also für morgen, wenn wir morgens fliegen, muss ich mir auf jeden Fall so eine 30 Meter Pizza bestellen So zeitlich Battlefield nie aus Fehlen tot ein Stück Pizza Ja Dann hält die Pizza ja auch nicht lang Vor allem sterbe ich danach Ich sterbe ich freiwillig, hier töte mich Ich töte mich Dann hast du ein Laufen, dann stirbst du nicht, ne? Oder für jeden Kill ein Stück Pizza Oder für jeden Kill ein Stück Pizza Ich glaub, das kriegen wir eher hin Wenn sie mich dann verhungern will Oder für jedes Spiel ohne Cheater ein Stück Pizza Oh wow Sind wir aber schon wieder fies heute, hm? Nein, realistisch Du bist doch fies, ey Was haben die dir getan, ey? Was haben die dir getan? Geh mir auf den Sack Aber die haben dir doch gar nichts persönlich getan, mein Ich hab mal Stein, Fasern und so Er ist in die Kiste, in den Schrank geräumt, ne? Mhm Warte, ich hab mal in zwei Minuten AFK Ich hab mir gedacht, das ist ein halbes Brot Wow So, die ganze Zeit noch am Essen Gar Gar nicht Me, me, me Gar nicht Gar nicht Gar nicht Ich mag Oli heute auch nicht, ey Wieso sagt ihr sowas? Du tust uns weh Ehrlich, du tust uns echt weh Mit deinem alleine essen Aber ich mach doch gar nicht Doch Schaut doch mal einer nach dem Schweig zwischendurch, oder? Mach die echt gleich auf, ey Mach mal Narkosemitte, mach mal einer Mörsel, Stößel, Narkotika Warte, ich glaub das krieg ich Alter, das dingt, hey, wenn wir nicht aufpassen, dann wacht der wieder auf Wollen wir nicht aufpassen Wenn wir nicht aufpassen, wollen wir nicht aufpassen Wo ist David? Der steht immer gerne neben so'n Dino, macht nix Stell den Oli dahin, der möchte auch in Ruhe essen Oli guckt nach dem Dino, da kannst du in Ruhe essen Warte, erst baue ich Mörser Aber beschütz ihn auch Mörser? Mörsel? Nein, Oli will Mörser Oli braucht Mörser Ein Mörser Das heißt nun mal Mörs Nur schwarze Bären, geht das überhaupt? Mit den Marco-Bäris geht das auch, ja Mit den Marco-Bäris geht das auch, ja Wir haben auch gar nicht so faules Oh, oh nein Dino Hilfe Wo seid ihr, Hilfe Ich seh nix, es ist alles grün Wow 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 Wollen wir Dino fangen? Das ist Level 30 also, jetzt mal Das schafft wir wenigstens Nicht, dann töten wir den Aber dann hätten wir wenigstens nochmal einen Amadello Wirst du stehen? Bitte nicht Was denn? Ich bin doch hier Hä? Wow, hättest du den eigentlich geschmissen Hätt ich zwei gekriegt Ja, richtig Aber du hast auch angefangen rum zu schreien Ja, aber ich Aber ich Also fünf Narcos können wir machen Wow Wir haben kein faules Flas Können wir doch lieber die Bäris da rein feuern, oder? Ja, die bringe ich auch gleich Das ist ja kreischt man einmal wie ein Mädchen, ne? So wird man angeschrieben, ne? Du kreischt immer wie ein Mädchen Echt? Selbst vor Stein? Das bist du? Ich? Nein Das war kein Stein, das war ein Stein war das? Nein, das war ein Krokodil Stein Du hast ja von Stein hast du Angst gehabt Apropos Dillo, das ist ein großer Dillo Ist da ein Dillo auf den wir reiten können? Nein, das ist nicht Wenn ich ein Dillo auf den wir reiten können, den können wir ruhig tamen, weil da können wir drauf reiten Ist 740 Weil der einfach genau gesetzt hat Los, los Aber wir haben halt einfach nicht mehr genug Zeug Ja Ach, wenn sie nicht gestorben sind, dann verhauen sie ihn noch heute Alter, aus den Viechern kriegt man auch nichts mehr raus Die ganzen Bäume hin, ich muss ja schon so weit laufen zum Holz holen Was? Wer soll das sagen? Deine Frau Empyrier Ach ja, da war ja was Da war ja was Verdammt Deinstallier das heute Nacht Es regnet, ich geh nach Hause Vielleicht Vielleicht, wenn du ganz lieb bitte, bitte zu ihr sagst Mit ganz viel Zucker drauf So viel Zucker hab ich gar nicht So viel Zucker hat nur David So viel Zucker hat nur David Das ist er So, das Neko ist verfolgt ich habe jetzt noch 94 da müsste reichen ich will zwischendurch sammeln noch mal das wäre schon cool wenn den schweig kriegen wir haben ordentlich austiert aber 265 das dauert hat eingestellt ganz allein seine schuld ich hab gar nichts gemacht das geht dafür in der mutter das ist ja gar nicht weiter hoch gestellt. ich glaube das ist die mod. ich habe nicht weiter am schwierigkeitsgrad rumgefummelt. hätte es aber mal mahnen sollen. ja noch schwerer. ja noch schwerer genau. alle monster mindestens 1000. ne wie letztes war. 10.000 10.000 da hatte ich ja auch einen bad ass giga. war das ein giga? nein wird es normal. normalen giga. aber was hatte ich denn so ein geiles bad ass? ach ich hatte ja den alpha t-rex hatte ich. bis Olli den tot gemacht hat. gar nicht. ach ne das war ein tragersteller als tot gemacht. alpha t-rex hatte ich beim letzten mal. da hatte ich aber glück. der steckte im felsen drin. das war voll geil. war voll easy. der steckte einfach so im felsen. der hast du reingeschubst. ich habe vier stunden gebraucht um den zu tame. die hatten ja diese pistole, äh dieses gewehr mit den anunnaki poison darts da. der war, äh der hat ganz schön viele gebraucht. musste zwischendurch sogar noch rüberfliegen welche holen. und dann war das tame echt schwierig. weil der so schnell seinen balken, erholungsbalken hat. ich hatte ihn eigentlich nur permanent mit narkosemitteln da gefüttert mit dem großen. anunnaki zeug da. gab es da damals nicht noch was zum beschleunigen vom tame? ja. hatten wir auch auf lager gehabt. davon hatten wir ja auch so viel. jetzt haben wir gar nichts mehr. ollie ist schuld. wenn er mal brot frisst. ollie ist schuld. wenn er mal brot frisst. was? ollie was? hast du was gesagt ollie? woher bin ich auch schuld? ollie ist schuld. ollie ist schuld. aah, auf jeden fall die spawnrate höher drin. respawn, material. das kommt ja. kommen nur die bäume nicht wieder. die bäume nicht oder was? ja du siehst doch das hier alles respawnt außer die bäume warum nicht keine ahnung fragt die bäume muss aber rumrennen und bäume pflanzen die ganze zeit so jungs ihr sammelt hoffentlich beeren weil ich kann hier nicht so weit ja ich mache einmal alles voll mit holz dann sammle ich beeren oh oh, ich muss was essen ich bin so weit weg man muss auch permanent futtern hier aber es wird ja auch kalt da werden wir kommen noch was was für bären brauchst du ich war in der kundig da habe ich fünf stück ja sammeln wir so 200 ich wohne tauschen ja sonst stehst du gleich neben dem viel ganz ab aber da sind meine jeffelins in der kiste du hast doch noch 80 bär bis zum flitzenden weißt du wie schnell die gleich wechseln wenn Oli einmal Hunger hat kann er sich auch mehr die sind voll lecker also da siehst du bunte Farben das ist ja das Problem wenn die schwarzen alle sind fütter hier mit weißen ist auch ok oder mhm 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 punktentzug zwingen uns wirkt das nicht so das macht nicht ganz so den eindruck ja ich versorgte ganz besondere bilder einer ganz bestimmten personen was besorgt man die bestimmte person von da das unterstütze ich nicht was geheiratet du hast geschworen bis zum lebensende ihr treu zu bleiben was habe ich nicht gut das ist ein grund aber kein hin ein bisschen mehr respect respect ach ja wären hier wären da wir wollen nur so ein brontosaurus dann geht das schneller ja das war die name brontosaurus einmal durch den wald fähigen server lag das gibt alles drin einmal hin alles drin server lag was der armer links einmal rechts dann hast du 1000 bär von jedem na der ollie der kleine bauer das kamen ollie der kleine bauer sagt ich also ok und dass wir überhaupt heute zu irgendwas gekriegt haben das ist nur weil ich gefrustet bin weil ich war ja donnerstag mit meiner frau beim einkaufen und arzt und so und dann habe ich ja diesen richtig geilen kalender gesehen und den durfte ich mir nicht kaufen